Wir sind heute hier in Osaka und zwar sind wir heute an dem Schloss von Osaka. Das wurde im 17. Jahrhundert schon gebaut und dadurch, dass wir heute lokale Unterstützung haben, Freunde von Miki sind heute dabei und die zeigen uns das Ganze hier ein bisschen, also richtig schön. Und in a week or two I won't remember who you are. I guess that I was born beneath a very lucky side. Und in a week or two I won't remember who you are. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir von Flying Anker. Wir sind gerade in Japan und machen hier Urlaub. Heute ist Tag 3. Heute sind wir in Osaka und Kyoto und nehmen euch mit. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, jetzt auf jeden Fall abonnieren, nicht vergessen. Miki hat hier zwei Freunde in Japan und heute treffen wir uns mit denen und die zeigen uns jetzt erstmal das Schloss von Osaka. Damit starten wir heute. So das Gelände um das Schloss ist riesig groß. Es ist ein großer Park und wenn man möchte, kann man auch mit so einer Bimmelbahn da hinten fahren. Die muss man aber auch mit viel Zeit reservieren. Wir haben es gerade versucht, aber die war schon komplett ausgebucht. Deswegen gehen wir jetzt zu Fuß zum Schloss. Es sind ungefähr von dem Ticketbüro bis zum Schloss 15 Minuten zu Fuß. Die Sonne scheint. Das Wetter ist perfekt. Hier hinter mir diese Bäume, das sind die Cherry Trees. Wenn man hier Ende März kommt, dann werden die auch so typisch rosa sein. Also wenn ihr jetzt mal dieses Spektakel, dieses Naturwunder mal erleben möchtet, dann kommt hier am Ende März her. Anfang April, wenn ihr Glück habt. Und dann ist der ganze Garten hier komplett rosa gefärmt. Wir sind heute hier in Osaka und zwar sind wir heute an dem Schloss von Osaka. Das wurde im 17. Jahrhundert schon gebaut und dadurch, dass wir heute lokale Unterstützung haben, Freunde von Miki sind heute dabei. Und die zeigen uns das Ganze hier ein bisschen. Also richtig schön. Nachher geht es noch für uns nach Kyoto rüber und wir zeigen euch jetzt mal das Schloss. Das Schloss hier in Osaka ist eins der größten von ganz Japan. Da gehen wir jetzt mal hoch. Der Eintritt kostet 1200 Yen. Man kann Bargeld und mit Karte bezahlen. So im Osaka Schloss könnt ihr bis zur fünften Etage mit dem Fahrstuhl hochfahren und von hier geht es noch drei Stoppwerke zu Fuß nach oben. Und hier geht es auch ein bisschen Geschichte über die japanische Geschichte. Kann man hier etwas lernen, über die Samurais und so. Also es ist echt spannend hier mal reinzukommen. So wir sind jetzt ganz oben in der achten Etage hier auf dem Schloss von Osaka und man kann hier Ausnahmen komplett drumherum gehen. Und auf jeder Seite sind so Bildschirme und da könnt ihr sehen, was so die wichtigsten Gebäude hier in Osaka in jeder Ecke sind. Sowohl im Süden, im Westen, im Osten als auch im Norden. Musik 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 Wir sind jetzt vom Schloss runtergekommen und hier ist so ein Park und es ist zwar noch nicht die Kirschblüte, aber die Pflaumenblüte, die ist sie jetzt schon. Schaut euch mal an, wie schön das Ganze aussieht. Ihr könnt hier sowohl rosane als auch weiße Blüten sehen, weil es verschiedene Pflaumenarten hier sind. Musik 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 Wir fahren ins lecker Mittagessen, wir sind fertig hier an Schloss. Wir fahren noch gerade schön, uns die Pflaumenbäumchen angucken. Jetzt geht es weiter lecker Mittagessen, wie immer lokales Essen. Wir sind jetzt hier in einem Sub-Herb Area. Mein Freund Nori, der bringt uns jetzt zu einem typisch japanischen Restaurant, das ihr gut kennt. Also sind wir ein bisschen aus der Touristenzone raus und mal gucken, ob das Ganze gut aussieht und auch gut schmeckt. Wir nehmen auf jeden Fall die Kamera mit und zeigen es euch. Es wird auf jeden Fall wie immer sehr interessant. Musik Musik Wir sind hier in einem total typischen Restaurant und probieren jetzt lokales Essen. Aber schaut selbst. Musik So, wir sind jetzt wieder draußen. Wir haben jetzt gerade schön gegessen. Wir haben für drei Personen ungefähr 30 Euro bezahlt. Also 10 Euro pro Kopf. Das war eigentlich nicht teuer und wir haben eigentlich ziemlich gut gegessen. Ein komplettes Menü. Und jetzt fahren wir noch einmal in die Innenstadt und gucken uns da noch eine der Main Streets an. Und danach geht es auch für uns weiter nach Kyoto. Also bis jetzt sind wir ziemlich positiv überrascht von Osaka. Es ist eine riesengroße Metropole. Einige Ecken erinnern mich sogar ein bisschen an New York, weil man wirklich sehr viele Hochhäuser sieht. Auch extrem moderne Hochhäuser. Aber es ist alles neu, wenn man es ein bisschen vergleicht. Es ist sehr sauber hier. Die Leute sind sehr höflich. Nachts kann man hier sehr viel machen, weil wenn man dieser Main Street ist, ist einfach viel los. Man hat viele Lichter, kunterbunte Lichter, viele Restaurants mit viel Advertisement, also mit viel Werbung. Ja, es ist einfach ein gut, ein schönes Ambiente. Wir persönlich kannten vorher nichts über die Stadt Osaka, deswegen hat es uns so positiv überrascht. Es ist wirklich eine Stadt, die es macht Sinn, mal herzukommen, mindestens zwei, drei Tage hier zu verbringen. Wegen dem Essen. Man nennt es ja auch The Kitchen of Japan, also die Küche aus Japan, weil es einfach so viel verschiedenes Essen mehr gibt. Natürlich die typischen Teller, die typischen Gerichte, die sind einfach sehr, sehr, sehr lecker. Hier gibt es wirklich was für jeden. Und das Nightlife, also das Nachtleben ist hier auch der Hammer. Hier gibt es viel zu tun, viel zu sehen, viel zu essen. Die kunterbunten Lichter, es ist einfach wirklich spektakulär schön. Deswegen rate ich euch, verbringt auch die Nächte hier. Mindestens ein, zwei Nächte, damit ihr ein bisschen dieses Flair hier erlebt. Und ich hoffe, es gefällt euch. Uns hat es wirklich mega gefallen. Es hat uns wirklich absolut positiv überrascht. Wir sind jetzt in Shinsekai, in dem Viertel hier von Osaka. Und das Ganze wurde nachgebaut. Und die haben sich im Norden von Osaka an Paris orientiert. Und im Süden von Osaka, hier vom Shinsekai Viertel, von New York und Coney Island. Geplant war es, dass es ein futuristischer Ort sein sollte. Letztendlich ist es aber heute eher ein retro-futuristischer Ort. Und einer der absoluten Hauptmerkmale hier von Osaka ist der Susan Kaku-Turm. Der ist direkt vor mir. Also das hier ist ein richtig touristischer Ort. Wenn man das für den Rest der Stadt vergleicht, ist die Stadt Osaka sehr modern. Wie ich das vorher schon gesagt habe. Und hier ist es alles ein bisschen mehr Old Town. Aber es ist schon ein witzigeres Design, weil hier alles voller Geschäfte ist. Und alles voller witzigen Figuren. Und natürlich auch alles voller Leute. Und Touristen so wie wir. Bis jetzt haben wir uns wirklich gewundert, weil wir wirklich kaum Touristen gesehen haben in der ganzen Stadt. Heute Morgen haben wir schon mehrere Touristen im Schloss gesehen von Osaka. Aber hier in diesem Ort ist wirklich sehr viel los. Also wir sind hier wirklich viele Ausländer. Natürlich, weil es einer der Hotspots hier ist aus Osaka. Es ist sehr interessant. Dieses ganze Ambiente, was man hier hat, das Typische, was man so aus dem Fernsehen vielleicht kennt. Also es ist auf jeden Fall mal wert, hierher zu kommen. Es ist absolut top-fun. Wir sind immer noch hier in dem Viertel. Und wir werden jetzt mal was Süßes essen. Kleinigkeit als Nachtisch. Und zwar sind wir hier direkt unterm Tower. Also schaut mal. Direkt hier geht es los. Und da ist der Tower. Unser Nachtisch ist typisch von hier von Osaka. Und zwar sind das die Mini-Götter, das sind die Mini-Castella. Das sind die japanischen Waffeln. Und diese haben die Figur von einem Gott. Und das soll Glück kriegen. So, wir sind jetzt hier fertig. Diese Zone ist wirklich nicht sehr groß. Man kann das alles eigentlich ziemlich schnell sehen. Wenn man jetzt nicht den Tower hochgeht, was wir zum Beispiel auch nicht gemacht haben, sieht man das wirklich alles sehr schnell. Also in ein, zwei Stunden höchstens hat man hier alles gesehen, wenn man jetzt nicht in jeden Laden reingeht. Aber es ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein toller Ort. Wir haben das Schönes gegessen. Und jetzt geht es weiter nach Kyoto. Das ist einer der Vorteile, wenn man einen privaten Fahrer hat oder einen Freund. Wir fahren jetzt sogar auf einer typischen japanischen Autobahn mitten durch die Stadt. Und das ist schon ziemlich interessant zu sehen. So, der dritte Tag neigt sich dem Ende. Es ist nämlich schon fast dunkel. Und wir drehen uns noch eine kleine Runde hier in Kyoto. Wir wollen uns einmal das Gehtor-Viertel abends angucken. Und einmal auf den Markt. Aber dazu gleich mehr. Wir sind hier an der Shiyodori, einer der Hauptstraßen hier in Kyoto. Drehen hier gerade eine Runde. Und wir befinden uns gerade im Geisha-Viertel. Vielleicht sehen wir ja noch eine jetzt im Laufe der Tage. Und wenn man hier immer weiter geradeaus geht, kommt man am Fluss entlang. Man ist hier auf einer der Haupteinkaufsstraßen mit vielen Restaurants auf beiden Seiten. Und gleich enden wir auch am Nishiki-Markt. Wir sind immer noch auf der Shiyodori-Straße. Wenn man den Fluss überquert, ist man hier quasi im Einkaufsviertel. Rechts und links hat man überall viele Shops, Bars, Restaurants. Also quasi ist oben so das 13. Viertel. Das Geisha-Viertel, wenn man einmal über den Fluss rüber geht, über die Brücke, ist man sofort boom. In der mega Stadt, Downtown, rechts und links, große Läden, Geschäfte. Und ja, hier kann man ein bisschen shoppen. Also ich dachte schon, dass in Osaka viel los ist. Aber hier in Kyoto, es ist eine mega Stadt. Und gerade abends ist heute auf jeden Fall mal abends rausgehen. Abends werden die Leute wach und die Stadt ist voll. So, für uns geht es jetzt weiter hier einmal Spaziergang durch Kyoto. Also wir gehen jetzt zum Nishiki-Markt. Der ist immer noch aufs Weiters Fußgängerzone hier und da führen wir euch jetzt hin. Wir sind gerade in einen witzigen Laden reingegangen. Hier gibt es überall diese Maschinen, wo man Münzen reinstecken kann und dann kommen dann Spielzeugkugeln raus. Und hier gibt es eigentlich von ganz vielen verschiedenen berühmten Serien. Nicht nur Anime, Manga, sondern auch von Disney. Also alles Mögliche von Figuren. Und für jeden Fan, der irgendwie aus der Kindheit irgendeine Serie gerne mag, gibt es glaube ich hier eine Figur. Mega! 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 So, es ist schon ein bisschen spät geworden und wir sind auch in ein paar Shops gegangen. Das heißt, den Markt werden wir im Laufe der nächsten Tage sehen, aber jetzt geht es immer typisch. Japanisches Essen und heute gibt es einen Ramen. Hier gibt es in Japan so Maschinen in Restaurants, da kann man selbst das Essen auswählen, das zeigen wir euch mal. Wenn man hier reinkommt, hat man ja die Maschine, wo man das Essen aussuchen kann und dann bezahlt. Und dann kommt man hier rein und bekommt diese Order Sheets, das sind so Papiere und da steht dann drauf, ob man das gerne scharf haben möchte oder nicht, was man dabei haben möchte mit Zwiebeln ohne, mit Knoblauch, das kann man hier dann alles auswählen. Also, das Restaurant hier muss wohl wirklich gut sein, weil man steht hier wirklich ziemlich lange Schlange. Draußen war eben eine lange Schlange, da sind wir weiter gegangen, sind wir zurückgekommen und da standen vielleicht zwei, drei Personen, wir haben bezahlt und dann sind wir reingekommen. Wir haben gedacht, dass wir schnell ran kommen, aber hier drin ist der Gang wohl so quasi zickzack und es ist länger als gedacht und nach der ersten Kurve haben wir uns erschrocken, weil hier ist eine richtig lange Schlange. Also wir stehen jetzt bestimmt schon 20 Minuten an, das ist wirklich länger als gedacht, aber eine krasse Überraschung, wenn man hier ankommt, sieht man, dass die Leute so in einzelnen Abteilungen quasi sitzen und es gibt hier so verschiedene Räume, wo wir warten, dass ein bisschen Tisch frei ist, wir haben noch eine Bärson vor uns und dann sind wir dran und essen unseren leckeren Rachen. So, wir müssen jetzt ausfüllen, wie wir das Essen haben wollen. Wir haben jetzt gerade unsere Zettel abgegeben, aber wir versuchen gerade noch herauszufinden, was man genau hier machen muss, weil wir haben hier schon ein paar Sachen hingestellt bekommen, aber wir haben noch nicht so die anderen Dreh raus. So, endlich ist meine Suppe da, die riecht auf jeden Fall sehr köstlich. Hier ist auch noch ein kleines Ei dabei, als Zutat. So, das Ganze war auf jeden Fall mal eine Experience wert, es hat mir sehr gut geschmeckt. Ich habe noch nie richtigen, authentischen Rahmen probiert und der Nachtisch war auch sehr lecker. Also wir mussten echt erstmal herausfinden, wie das Ganze funktioniert, aber als wir es dann rausgekommen haben, war es gut und mit Stäbchen essen müssen wir noch lernen. Also man sitzt dann in dieser kleinen Kabine, abgesperrt, man hat halt zwei Wände an jeder Seite und vorsichtig ist so ein Vorhang. Und wenn der Kellner kommt, geht dieser Vorhang hoch und sagen dann irgendwas auf Japanisch, man versteht kein Wort. Aber man hat dann diesen Order-Sheet, dann kann man halt draufschreiben, was man haben möchte. Und dann sagen die wieder irgendwas Witziges und dann bringen die das Essen auch ziemlich schnell. Und wenn die das Essen servieren, dann sagen die wieder irgendwie so einen witzigen Satz. Keine Ahnung, was die sagen, aber halt die ganze Zeit das Gleiche. Und ist ganz lustig, aber es gibt halt Momente, da ist es irgendwie so eine Art wie protokollisiert, sehr japanisch. Und man hat keine Ahnung, was man machen muss. Das ist ziemlich witzig. Wir saßen da echt zwei, drei Mal und wussten jetzt gar nicht, was jetzt los ist und was wir da machen oder sagen sollten. Und ja, auf jeden Fall eine mega Experience, weil das ganz anders ist als ein normales Restaurant, was man so kennt. Ich würde euch empfehlen, mal sowas zu probieren, so ein richtiges Ramen-Restaurant. Weil es gibt ja nur Ramen, okay, mit verschiedenen Geschmäckern und so, Zutaten. Aber es ist halt Ramen und ja, es war super lecker und es hat Spaß gemacht. So, für uns geht jetzt zurück Richtung Hotel, den Abend ausklingen lassen. Und morgen geht es weiter mit uns bei Tageslicht und Juni an.